Kunde ist unbekannt, finde eine Möglichkeit zum Gegenangriff durchsuche das Gebiet. Das durchsuchen können wir am besten. Kann ich da drauflaufen? Ganz abgespaced Dark Pictures, was habt ihr denn da übrigens der vierte und letzte Teil, der ist ganz anders. Der ist ein bisschen wie Saw. Können wir uns nachher noch gerne einen Trailer angucken, falls jemand die Saw-Reihe kennt. Schicksal. Ja, der geht meiner Theorie nach. Ja, die müssen ja schon mindestens 6000 Jahre leben, ne? Geht's denn da runter? Was war das denn? Warte, ich guck's mal an. Guck's mal auch an. Ich glaube tatsächlich, das, weil das ist kein Raumschiff. Sieht aus, dafür ist es zu gerade. Ich glaube, das ist eine City. Alter, das ist Atlantis. Pass mal auf. Alter, die macht voll die geilen Geräusche, ey. Die macht Geräusche. Ja, je nachdem, wie du die bewegt hast. So ein bisschen wie U-Bahn. Wie U-Bahn-Taxi. War auch eine Tatschenlamm. Kannst du Q drücken? Ja, mein Feuerzeug. Dann hast du das ja doch selber angemacht und startet ja immer ohne. Mach das aus. Ist doch peinlich. Geht's da. Ich hab keine Ahnung. Eigentlich ja nicht, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier schon mal waren. Du bist zu dick. Alter. Wie deep sind wir denn unter der Erde, wenn ich mal fragen darf? Guck dir das an da oben. Alter. Scheiße. Sehr tief. Alter. Ist die Erde eigentlich hohl? Fangen wir gar nicht hin, ne? Ich hätte gedacht, hier geht's weiter. Ja, als ob wir jetzt eine halbe Stunde hierher gelaufen sind für nichts. Komm, wie ich mich drehe. Siehst du das? Wie Charlie Chaplin, aber. Da vielleicht? Aber hey, als ob wir jetzt zwei Jahre die fünf Kilometer hier zurückgelegt haben, finde ich das ja wild. Da, da leuchtet. Da waren wir ja gerade. Ja. Da haben wir uns was angeguckt. Wann wir denn eigentlich drüber laufen? Passiert da was? Ne, ne. Leider nicht. Das wäre cool gewesen. Hattest du eigentlich die Grafik wieder hochgeschraubt, nachdem das ging? Ja. Oder irgendwas? Äh, doch. Auf Mittel habe ich sie gemacht. War ja nicht gerade irgendwas. Ah, hier geht's weiter. Ah. Bin wir nicht von hier gekommen? Geht's mir nur so vor? Oder lebt das? Keiner. Hau dich! Okay, wir können auf jeden Fall auch wieder hochklettern. Ah. Kein One-Way-Ticket. Oh, hier. Soll ich... Wollen wir erst weiter gucken? Oder... Alter, das sieht aus wie so'n... Salim. Sieh mal hier. Eine der Kreaturen. Nur älter. Urein. Es ist aber tot, oder? Ich erkenne da... Ach, da. Ah, lol! Das sind Schlangenmenschen, kann das sein? Es sind gar keine Wand... Oder... Nee, doch. Muss ja... Ist das... Will ich es wirklich machen? Na, komm. Du alt. Ja, die haben halt nix. Kein Blut, gar nix, ne? Die Kreatur ist versteinert. Sie muss Millionen Jahre alt sein. Oh, ja. Aber... Naja. Geh weg mit deiner... Ich... Schnucki das. Hä? Geh sie wieder weg? Hä? Man kann doch da gerade noch... Ja, ich weiß. Wollte ich auch gerade gucken, ob sie weg ist. Hä? Ist das nicht ein Hebel? Das ist so eine Steuer, Ding. Was hätte das dann alles gesteuert? Hm. Ja, komm, wir gehen einfach weiter. Scheiß drauf. Weißer Content. Hier ist das Abflussrohr. Hier kommt ihre Scheiße raus. Ja, das haben wir doch. Karamellisiert. Blum. Das ist aber menschlich. Aber ein Chilet einge... Ach, lol. Hä? Ist das krass. Schau ihn an. Ach, das ist der... Den wir am Anfang gespielt haben. Den ich gespielt habe. Hier, Rababoo oder wie der hieß. Ratzebatz. Das ist der vom Anfang. Ja, genau. So, was? Hast du das gesehen? Der lebt. Barabatour oder wie er hieß. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Was? Oh, scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Der ist... Der ist ja seit 5.500 Jahren, Alter. Wie langweilig. Der kann nicht so bleiben. Ja, nun. Er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich meine es ernst. Nein. Oh, ach. Das locken die Vampire an. Ich mache es. 5.500 Jahre saß er da und jetzt wird er erschlagen. Ein sinnloses Leben. Ja, ich hatte immer tiefen Montag. Ey, wie cool. Das ist voll der geile Saft. Letztes Mal. Den kann man doch medizinisch benutzen. Oder als Waffe einsetzen. Man wird niemand sterben? Ja, Mann. Alter, was ist das? Ist das Öl? Was ist das hier? Wo, was? Hier, wo drauf wir stehen. Das ist so... Leuchtet so regenbogenmäßig. Stimmt. Keine Ahnung. Wird es... Irgendwelche Fette... Keine Ahnung. Ich meine. Warum lachst du da? Eine Fette. Mehrfach gesättigte. Ja, Silvester. Das hätten wir... Das hätten wir... Zu Jahreswechsel spielen sollen. Punkt 0 Uhr gehen wir hier drüber. Danach hätten wir alle... Händen wir alle verloren. Klar, komm. Jetzt gemeinsam. Warum rennst du so schnell? Oh, hier geht es nicht. Du guckst mir einfach nur an. Was? Was? Die Wand ist so ekelhaft. Lass nochmal umgucken. Oha! Das Haus der Aschen. Da geht es nicht so lang, ne. Silvester. So komisch. Das ist ein perfektes Spiel. Und das haben die so komisch gemacht. Kein Wunder, dass das auch eingestürzt ist. Da oben ist ja alles hohe. Ja. Krass, dass die Bauern... ...erst jetzt da eingestürzt sind. Ja. Ja, Hubschrauber, Panzerfäuste, etc. Ja, okay. Ja, saugut. Hier, das sieht ganz ehrlich... Das sieht so aus, als wäre es hebel. Ist die Kamera bei dir auch gerade so extrem weit draußen? Ja. Wie gut das einfach ist. Guck mal, da kannst du reingucken. Hast du das Schild auf jeden Fall? Das sind Sitze. Ach so, das sind Sitze für die Monster. Ja, ah, tatsächlich. Das ist eine Bank. Aber warum sollen die da rumsitzen? Ich hätte gedacht, dass ich damit steuern, die Irgendwas. Na, man hat recht. Das ist wie so eine Kuhle, wo du... Deswegen sagst du eine da auch. Naja, deswegen habe ich ja gesagt, das wäre dann was gesteuert. Wir laufen gerade durch den Park. Ach du Scheiße, sie sind zu, oder? Guck mal da auf dem Boden. Wir dürfen anscheinend kein Feuerwerk auslösen. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist da besser? Oh, weiß ich nicht für den Effekt. Damit es dramatisch wird. Wir dürfen auf jeden Fall die Dinger nicht auslösen. Riesel der Schnee. Ja, aber da müssen wir jetzt mal drauf verzichten. Folge mir. Mach das Licht aus, damit es schwieriger wird. Mach das Scheiß Feuerzeug aus. Oh, Alter. Die Kamera dreht sich einfach. Riecht mal verbohlen, Junge. Wenn du Licht brauchst, sagst du Bescheid, ne? Falls ich mal irgendwie... Lauf dir nur da hin. Oh, warte mal. Der Boden hier... Ne, ne? Das ist nur schwach. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Nach hinten hin. Nach rechts. Irgendwas? Äh... Da würde ich sagen, nein. Links lang. Da durch. Klingt, dass wir die aufgehen, ey. Ey, hier ist scheiße, ne? Oder schauen wir es da an dem Baum? Ne, doch. Wir müssen da, glaube ich, an dem Baum, oder? Da außen lang, oder? Hier, oder? Komplett außen lang. Da, wo du lang gehst, läufst du da volle Kanne rein. Kennst du hier an dem Baum? Ja, Alter, übel. Dann gehen wir zurück. Ne, warum? Wir können doch auch hier lang. Wo? Na, hier. Ja, da will ich doch die ganze Zeit lang. Das hast du ja übel. Was war das? Ich bin dir hinterhergelaufen. Ich habe es übel ausgelöst. Hä? Du läufst da lang und ich löse es aus? Das ist ja dumm. War nix. Ich glaube, das ist geskriptet. Okay. Oder? Ja, da war nix. Zum Auslösen. Ja, ich weiß. Weil du jetzt so lang gelaufen bist. Ich bin genau da lang, wo du auch bist. Ja, dann ist es geskriptet. Na toll. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja! Wer war das? Na, der andere. Ach so. Unsere Freunde. Sehr gut. Der haben wir uns gefunden. Der war gerade so hellhäutig. Habe ich nicht erkannt. Der hat fortgekommen was. Ich gebe Deckung. Los! Ja, da war das geskriptet. Oh. Ich muss mich aber nicht runtergehen, ey. Hä? Lol. Ähm, hier war ein Mensch. Eben. Hä? Bis dahin sind die schon... Fuck, Nicky. Du warst echt die verdammte Kavallerie. Nicky! Hä, ist ja der andere nicht Nick? Ne. Der ist der Colonel, der da. Äh... Jotka, ähm... Ich dachte, da ist immer Nick. Jason... ...Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Ich hab immer einen Nick in den anderen. Du hast mich nie korrigiert. Jason King. Ist er Jason? Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Josef? Josef King? Gut, dass du hier bist, Mann. Aber das warst du erst mal waschen. Alter, wie schön das da ist. Du wirst das Wasser nicht benutzen, ne? Ah, Jason, ja. Jason King. Die anderen Kammer. Atlantis. Ja, hab ich ja grad schon gesagt. Wegen der Muschel. Bestimmt, dass... Das ist das verschollene Atlantis. Jetzt habt ihr bis hierher... ...Atlanter. Wir machen die Duster fertig. Was ist jetzt? Das klingt voll falsch. Atlanten. Was haben wir noch? Wir haben, äh... Atlantiane. Ein Tikka. Das ist FMJ. Dreimal 40 Millimeter Explosivschuss. Zwei 9 Millimeter Pistolen. Und vier Magazine. Das sollte passen. Da geht's ja richtig los. Und zwei Phosphorgeschosse. Trägen die Wichser weg. Oh, und ein Block. Komposition C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich. Und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Komm, genau. Das weiß ich noch nicht. Also eigentlich gar nicht, wenn du mich fragst. Aber... Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast. Jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ich frag mich, warum er sie am Leben gelassen hat. Die war da eindeutig tot. Ja, Atlanta habe ich ja zuerst gesagt. Atlantiten klingt falsch. Was haben wir vor? Wollen wir jetzt die 10 Kilometer Struktur zerstören? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.